Hallo allerseits, mein Name ist Andreas Neuner. Ich kümmere mich um die Produktentwicklung und die ganze Forschung und Entwicklung bei Nanolex, mache die ganze Reinigungschemie und die Coatings. Ich freue mich ein bisschen, euch was darüber zu erzählen, wie die ganzen Sachen funktionieren, was da die Unterschiede so sind. Von meinem Hintergrund her habe ich Human- und Molekularbiologie studiert. Später habe ich mich dann auf Stoffwechsel spezialisiert, wo wie alles im Leben so kommt, bin ich irgendwie bei der Fahrzeugwelt gelandet, was auch sehr viel Spaß macht. Okay, in dieser Videoserie werde ich jetzt ein bisschen auf Reinigungsprodukte und Versiegelung von uns eingehen und wir werden das in Fünfer-Hacks machen sozusagen. Fünf Produkte auf einmal, über die wir reden und dann den Rest gibt es in der nächsten Serie. Okay, dann nach zahlreichen Anfragen neuerseits gab es immer wieder die Frage, was ist mit Coatings, Beschichtungen und Wachse. Kann man die zusammen auftragen, sozusagen macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Da muss man, finde ich, ein bisschen weiter ausholen, damit man das Ganze im richtigen Zusammenhang sieht und richtig versteht. Und zwar geht es jetzt ein bisschen um die Chemie, sowohl bei einem Wachse als auch bei einem Coding geht es um die Substratanhaftung. Und da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen einer Bindung und einer Anhaftung. Im Fall einer Bindung ist es so, es gibt in der Chemie halt starke Bindungen, wie zum Beispiel Ionenbindungen, kovalente Bindungen, die sehr fest sind. Man braucht eine sehr starke Energie, um die wieder auseinander zu bringen. Und dann schwächere Bindungen, wie zum Beispiel Dipolmomente oder Van der Waals-Kräfte oder einfach nur elektrostatische Wechselwirkungen. Die sind halt nicht so stark und die sind reversibel. Weil es von einem Coding ausgeht. Codings haben funktionelle Gruppen, die halt eine sehr, sehr starke Bindung mit dem Substrat eingehen. Und dadurch sind die auch sehr schwer zu entfernen und die Standzeit ist sehr lang. Bei einem Wachs hingegen ist es so, die Bindungskräfte sind viel schwächer. Es sind keine kovalenten Bindungen, sondern lediglich Adhäsionskräfte. Hier kommt man schon an einen Punkt, wo man halt den Unterschied merkt. Und Coding wird deswegen aufgetragen, damit die Oberfläche halt easy to clean wird hauptsächlich. Selbstverständlich auch wegen Kratzbeständigkeit und so weiter. Aber hier geht es erstmal im Zusammenhang mit dem Wachsen halt um die easy to clean Eigenschaften. Und dann ist es so, dass die Oberfläche eben so funktionell verändert wird, dass Anhaftung halt minimiert wird. Wenn man dann anschließend ein Wachs drauf macht, kann man machen. Das einzige Problem ist nur, die Standzeit wird sehr gering sein. Wahrscheinlich wird es bei der ersten Wäsche mit runtergehen. Dann hat man Zeit, Geld und Mühe verschwendet. Es gibt aber andere Produkte, sage ich mal, die auf ähnliche Art und Weise funktionieren wie in Wachs. Zum Beispiel Sprühwachs, wie das hier zum Beispiel, das Washcoat von uns oder Polymerversiegelung. Oder was sogar auch funktionieren könnte, sind kationische Tenside, die positiv geladen sind. All diese Sachen binden viel besser an einem Coating, weil funktionelle Gruppen es ermöglichen, eine Bindung einzugehen. Wenn man zum Beispiel einen Quick Detailer nimmt oder sowas, wenn die wasserbasiert sind, enthalten die meisten Silikonemulsionen. Und dann geht es darum, was für ein Silikon wird bei der Emulsion verwendet. Es gibt ja die normalen Silikone, sage ich mal, mit unterschiedlichen Kettenlängen, Centistokes und so weiter, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Wichtig ist in dem Zusammenfall, dass die verwendeten Silikone aminofunktionelle Gruppen haben oder aminofunktionelle Silikone sind, denn diese sind in der Lage, aufgrund ihrer aktivierten Gruppe sozusagen, eine bessere Bindung zum Substrat herzustellen, sage ich jetzt mal, auch wenn das Substrat ein Coating ist. Also wenn die Oberfläche beschichtet ist, kein Problem, das funktioniert. Das gleiche gilt auch für Polymerversiegelung und auch für kationische Tenside, wie sie in manchen Trockner verwendet werden. Diese ermöglichen dann eine Anhaftung zu einem Coating. Hier kommt ein Vorteil dazu, den ich erwähnen möchte, wenn man so ein Produkt wie Sprühwachs oder eine Polymerversiegelung über eine Keramikbeschichtung oder ein Coating aufträgt, hat das einen großen Vorteil und zwar schützt es vor Wasserflecken. Das ist ein Problem, das alle Coatings dieser Welt leider noch haben. Die Wassertropfen, die auf dem Auto landen und das Wasser, was später verdunstert, hinterlässt Rückstände. Meistens sind das Calcium oder Magnesium, Salze, die da übrig bleiben und verschiedene Verschmutzungen. Je nachdem, in welchem Gebiet man lebt, je nach Verschmutzungsgrad und so ist der Regen auch sehr sauer. Und diese ganzen Rückstände bleiben beim Verdunsten zurück und es bilden sich diese Wasserflecken. Im ersten Moment hat man die Typ 1 Wasserflecken sozusagen. Das sind oberflächliche Wasserflecken, wo die hinterbliebenen Substanzen, sage ich jetzt mal, noch nichts veretzt haben, sondern liegen lediglich auf dem Lack. Diese sind dann mit leicht angesäuerten Lösungen, Essigsäure oder Phosphorsäure oder einfachen Kalkfleckenentferner zu beseitigen und hinterlassen meistens keine Spuren. Sind die Wasserflecken länger drauf geblieben, haben diese Rückstände länger Zeit mit dem Lack zu interagieren und dann findet schon eine leichte Verhetzung oder Korrosion statt. Man merkt auch, wenn man mit dem Finger ganz leicht drüber fährt, dass, sage ich mal, Unebenheiten schon da sind. Das Zeug frisst sich wirklich rein. Aus dem Wasserfleck wird langsam mit der Zeit ein Krater. Typ 2 Wasserflecken sind schon nicht mehr einfach so zu entfernen mit irgendeiner Chemie, sondern man muss erst mal mit der Chemie, sage ich mal, die Wasserflecken sauber machen und anschließend muss man sie mechanisch, sprich mit Politur oder irgendwas, entfernen. Beim Typ 3 Wasserflecken, da ist das Gleiche nochmal, ein Ticken schlimmer sozusagen. Da haben sich die Typ 2 Wasserflecken so richtig lange Zeit in den Lack reingefressen. Meistens passiert das auch nur bei Unilacken mit empfindlichen Pigmenten auch oft oder weicher Lacke. Typ 3 Wasserflecken sind nicht mehr zu entfernen. Also da muss man einfach polieren, neu lackieren. Je nachdem, wie tief die sind, kann man nichts mehr machen. Und das passiert selbstverständlich auf dem Lack. Es passiert aber leider auch, wenn Coating drauf ist, weil Coatings und Clearcoat halt, sage ich mal, eine recht große Ähnlichkeit haben. Dagegen ist einfach nicht viel zu machen. Was aber da helfen würde, wären halt wachsartige Schutzmaßnahmen, sage ich jetzt mal, Wachs, Brühwachs, Polymer, Versiegelung und so weiter. Die sind unempfindlich gegen Wasserflecken, verleihen aber dem Auto oder dem Fahrzeug keine Kratzbeständigkeit, kein Korrosionsschutz in dem Sinne und so weiter. Deswegen würde man da so vorgehen, dass man meist eine Beschichtung aufträgt und später mit so Sachen, das nachbehandelt quasi, hätte man einen doppelten Schutz, also das Beste aus beiden Welten. Einmal die ganzen positiven Eigenschaften eines Coatings und später die zusätzliche Funktion als Wasserschutz durch wachsartige Substanzen. Darf ich noch jemanden grüßen?